Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video, heute mal Quelle.de und zwar mit dem Hurricane Gaming PC Snow 7360 für 3351,50 Euro runtergesetzt von 3699 Euro. Dieses Video wird unterstützt von Lexip und den neuen lizenzierten Headsets, Mäusen, Controllern und Mauspads im Naruto Shippuden Design. Erhältlich sind Designs zu Madara, Kakashi und Sasuke in verschiedenen Ausführungen, die Auflage ist limitiert und enthält auch ein Lizenzzertifikat mit durchlaufender Nummerierung. Mein persönliches Highlight ist der drahtlose Controller mit vier programmierbaren Paddles, Audioanschluss und Kompatibilität zu Nintendo Switch und natürlich auch Windows PCs. Aber auch das Headset kann sich sehen lassen mit verstellbaren Kopfbügel, eingebauten Regler für Lautstärke und Mikrofon, Bluetooth-Funktionalität und abnehmbaren Mikrofon. Die Maus verfügt über einen Sensor mit 12.000 DPI, einem analogen Daumenstick, programmierbare Knöpfe und ist variierbar im Gewicht. Weitere Infos zu Lexip und den limitierten Naruto Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Das System wurde mir vorgeschlagen von der Gruso und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Ob das so stimmt, ich wage es zu bezweifeln. Es kann aber sein, dass es passt. Also das Gehäuse wird gar nicht aufgelistet. Da steht halt einfach nur Midi Tower. Die Lüfter, die da drin verbaut sind, sind die Lian Li Unifense. Da kommen wir später noch mal zu. Die sind auch nicht aufgelistet. Der RAM ist hier weiß. Da steht auch nicht dabei, welche Farbe er hat. Aber ich würde es mir wünschen, dass er halt weiß ist, weil es ist ein weißes System. Und ja, so hundertprozentig kommt es eventuell nicht hin. Aber schauen wir uns die ganze Nummer mal an. Hier steht als Mainboard das Gigabyte Aorus B650E Elite XAX Ice. Das ist tatsächlich ein relativ gutes Board mit B650E-Chipsatz, was auch in Ordnung ist. Und es ist halt weiß, anthrazit gehalten, damit es zum Design passt. Wir haben gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier unten noch zwei weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und dann habt ihr noch zwei Erweiterungsslots für eine Capture Card oder eine USB-Erweiterungskarte, was ihr gerne so haben wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In. Netzwerkanschluss zweimal USB 3.1, fünfmal USB 3.0, USB-Typ C ist mit am Start. HDMI-Anschluss braucht ihr hier gar nicht zu benutzen. Bitte schließt es an der Grafikkarte an. Wir haben das ganz oft. Jetzt vor kurzem wieder. Hat einer gefragt, warum kriege ich kein Bild oder nicht die volle FPS-Zahl oder sonst was. Er hat es wieder am Mainboard angeschlossen. Wirklich an der Grafikkarte anschließen. Dann habt ihr noch viermal USB 2.0 und WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss. Das ist schon ganz ordentlich. Mir gefällt es. Reicht auch für den Prozessor, der hier verbaut ist, völlig aus. Ist okay. Und das kostet 225,67 Euro bei eBay über Notebooks billiger. Bevor wir weiter durch die Liste gehen, zeige ich euch mal kurz das Gehäuse. Rein vom Bild her ist es das Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition. Das ist eigentlich ganz in Ordnung, das Gehäuse. Die Problematik dabei ist einfach, dass man nicht sonderlich viel Platz drin hat. Ist halt relativ klein. Das heißt ja auch Mini. Wenn ihr da jetzt ein Full-ATX-Board reinklatscht, könnt ihr oben schon keine 360er Wasserkühlung mehr reinpacken. Ein Mod von mir hat das Gehäuse, hat das getestet. Das funktioniert halt einfach nicht. Wenn ihr Micro-ATX nehmen würdet, würde es gehen. Aber ja, wer will das schon. Ansonsten kann hier, wenn ihr Lüfter verbaut, unten kalte Luft reingesogen werden. An der Seite auch. Oben wird die warme rausgeblasen. Hinten kann auch noch ein Lüfter rein. Wurde hier laut dem Bild auch so gebaut. Das ist soweit ganz in Ordnung. Wem es gefällt, bitte sehr. Und das kostet 110,93 Euro bei csvdirekt.de. Kommen wir mal ganz kurz zu der Lüfter-Thematik. Hier unten sind drei Stück drin. Oben auch und hinten auch eine. Das sind diese Lian Li Unifans. Ich habe jetzt eine Liste gemacht. Einmal mit Arctic P12, weil die relativ günstig und auch gut sind. Und einmal mit den Lian Li Dingern. Dass ihr mal beides gesehen habt, weil die werden nicht explizit aufgelistet. Es kann theoretisch sein, dass die das Ding verschicken und ja, überhaupt keine Lüfter drin sind, außer von der Wasserkühlung. Das ist halt einfach nur, um preislich auf Nummer sicher zu gehen. Deswegen habe ich jetzt hier die Arctic P12 genommen, zwei Dreiersets und noch einen einzelnen. Da seid aber insgesamt sieben Stück. Und das Dreierset kostet 39,42 Euro bei Ebay über Arctic Welt. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Der hat acht Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP, die er realistisch nicht erreicht. Der ballert sich immer so zwischen 70 und 90 rein, zumindest auch im Gaming. Und da unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS, kann allerdings auch 6000. Ganz locker. Bauen wir andauernd, so die Kisten funktioniert. Top Prozessor, Preis-Leistungstechnisch ist der völlig in Ordnung, Effizienz-Technisch auch und gerade in Spielen bringt er eine Menge FPS raus. Also der hilft der Grafikkarte dabei. Er selber, der produziert die ja gar nicht. Aber der 3D-V-Cache, der hilft schon enorm. Und der kostet 358 Euro bei MineFactory. Die Grafikkarte ist eine Gigabyte GeForce RTX 4070Ti Super Eagle OC Ice 16G. Bedeutet für euch, ihr wisst genau, was ihr bekommt. Und passt designtechnisch auch gut in dieses System rein, weil sie es halt weiß. Hatten wir in letzter Zeit auch schon häufiger, 4070Ti Super, WQHD, Full HD Gaming ganz locker, 4K kommt auf die Titel an, sag ich immer wieder dabei. E-Sports-Titel, Pff, Counter-Strike, Valorant ganz locker. AAA-Titel, ein bisschen mit den Einstellungen spielen, schaut euch den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und die kostet 813 Euro bei Computer-Universe.net. Der Arbeitsspeicher ist Kingston Fury Beast DDR5, 32 GB, also 2x16er-Riegel, 6000 MTS. Leider wissen wir da die Timings nicht. Und die Farbe Weiß steht leider auch nicht dabei, wir nehmen jetzt aber den Weißen. Gegenüber dem Schwarzen preislich völlig uninteressant. Das wäre dann dieser hier, natürlich ohne RGB-Beleuchtung als CL40-Variante. Könnte ja reinwandern. Ja, den gibt es auch als CL36 und CL30, aber wir müssen davon ausgehen, wenn der Hersteller das nicht dabei schreibt, dass er halt das Schlechteste reinpackt. Warum soll er mehr ausgeben? Erstmal sind 32 GB völlig in Ordnung, reicht für jeden Gamer eigentlich aus, 6000 MTS ist nice, dass sie es gemacht haben. Mit den Timings ist es immer wieder das gleiche Thema. Ich weiß es ja jetzt auch nicht, ob es CL40, 36, 32 oder 30 ist. Steckt man nicht drin. Finde ich halt immer schade, wenn sowas fehlt, weil normalerweise schreiben sie auch dabei, was das für Timings sind, wenn es halt gute Timings sind. Und der kostet 110,90 Euro bei Alternate. Die SSD ist eine Western Digital Black SN 850 XM.2 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6600 MB die Sekunde mit TLC-Speicher von Kioxia. Völlig in Ordnung. 2 TB ist schön, dass sie es gemacht haben. Ich hätte mir persönlich noch ein bisschen mehr gewünscht. Hätte preislich auch noch reingepasst. Das Thema ist immer das gleiche, seht ihr aber gleich. Von der Geschwindigkeit her eigentlich schon zu viel für einen Gamer, aber schön, dass es dabei ist. Ich möchte gar nicht meckern, bei dem Preispunkt muss sowas auch reinwandern. Und die kostet 157,99 Euro bei Saturn über eBay. Die Wasserkühlung ist eine Lian Li Galahad 2 Trinity SL Infinity Wasserkühlung mit ARGB-Beleuchtung. Jetzt wissen wir hier nicht, welche Größe. Wir gucken uns das Bild an. Ist eine 240er. Das wäre dann diese hier. Ja, hat fünf Jahre Herstellergarantie, ein bisschen RGB-Beleuchtung, sieht schick aus. Wenn Sie die Lüfter wirklich so wählen, passt es auch gut ins Gesamtsystem, aber das wissen wir halt leider nicht. Die Lüfter, die hier dabei sind, kriegt ihr natürlich, aber den Rest ist halt irgendwie unbekannt. Die ist soweit schon in Ordnung. Ich würde nicht so viel Geld ausgeben für eine 240er, weil ihr kriegt halt günstigere Alternativen, teilweise sogar um die Hälfte billiger. Aber gut, ist der Designpunkt. Technisch gesehen für den Prozessor reicht die allemale. Und die kostet 134,99 Euro bei 0% Shop.de oder Notebooks billiger. Das Betriebssystem ist Windows 11 Home 64-Bit vorinstalliert. Aktuellstes Betriebssystem in der Home-Variante reicht einem Gamer auch. Und das kostet 36,79 Euro bei IT-Hardpods. Jetzt haben wir hier natürlich noch WLAN, AX und Bluetooth, das ist dem Mainboard geschuldet. Lian Li SFX 850 Watt Netzteil. Da habe ich tatsächlich nur eins gefunden. Das ist das Lian Li SP850 Weiß 850 Watt SFX. Fünf Jahre Herstellergarantie, 80 plus Gold-Zertifizierung, Vollmodularität. Ist halt eine kleine Bauweise. Ist kein Standard-Netzteil, passt auch sonst nicht ins Gehäuse. Das ist in Ordnung, dass Sie es genommen haben. 850 Watt reicht auch völlig aus. Ist okay. Und das kostet 144,91 Euro bei ProShop.de. Dann wären wir auch schon mal im Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter von Arctic in dem Fall. Ich zeige euch gleich noch das Pendant mit Lian Li Lüftern. Das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2184,62 Euro. Und das System kostet 3351,50 Euro. Das ist so krank. Und nur damit ihr mal gesehen habt, wie das jetzt mit Lian Li aussehen würde. Ich scrolle jetzt hier einfach mal schnell durch. Das brauche ich jetzt nicht alles vorlesen. Wir haben jetzt hier quasi einen normalen, einen Dreier-Set und dann noch diese Reverse. Ich weiß nicht mal mehr, ob die Reverse sind. Auf dem Bild sind es nämlich die Standard-Dinger, die einfach nur umgedreht worden sind. Dementsprechend sieht es dann auch noch blöd aus, weil ihr dann diese Streben da drin habt. Also ihr bräuchtet Reverse. Ich habe es jetzt reingepackt. Wir haben noch diesen ganzen Rest. Da seid ihr bei 2303,16 Euro. Und wie gesagt, das System kostet 3350 Euro. Das, also klar, Quelle will noch einen Teil davon abhegen, weil das ist ja Hurricane Gaming-PC. Also dementsprechend bieten die nur über Quelle an. Die gibt es ja auch auf Amazon und so. Erlasst die Finger davon. Das ist so ein krasser Aufpreis. Ja, es ist ein hübsches weißes System. Es ist auch nicht schlecht konfiguriert. Da brauchen wir nicht drüber reden. Außer die RAM-Geschichte. Da wissen wir nicht, was wir genau bekommen. Aber ansonsten, konfigurationstechnisch ja, preislich nein. Die Thematik hierbei ist jetzt, man findet schlecht Alternativen in dem Bereich. Deswegen habe ich das System einfach mal, ja, MyPC geschickt. Habe gesagt, was könnt ihr noch so ein bisschen optimieren? Was würde euch ganz gut passen? Und dann stellt das doch auch mal so rein. Aber bitte wirklich mit Lian Li-Lüftern und CL30-RAM und so. Da haben wir jetzt den hier. Der kostet 2469,99 Euro. Das ist übrigens auch keine Werbung. Ich kriege keinen Cent dafür. Ich habe die gefragt. Die Jungs haben gesagt, ja, eine Alternative kriegen wir hin. Da ist der Link. Steht auch in der Videobeschreibung. Ist auch kein getrackter Link oder sonst was. Wenn ihr euch ihn kaufen wollt, macht das ruhig. Ich kriege keinen Cent ab. Wir bekommen auch eine 4070Ti Super in weiß. Ob es jetzt die Gigabyte wird, kann ich euch gar nicht genau sagen. Wir haben jetzt die günstigste in den Warenkorb geworfen. Wir haben einen 7800X3D. Ist der gleiche. Wir bekommen auch die 240er Wasserkühlung. Hier ist Kingston Fury Beast RGB CL30 6000er drin. Ich gehe ganz stark davon aus, dass der in weiß ist. Weil die haben mir die Liste geschickt und anhand der Liste haben sie das Angebot erstellt und in der Liste ist der RAM halt weiß. Ich werde es auch nochmal darum bitten, das ein bisschen zu fixen, dass da zumindest steht weißer RAM. Das Mainboard ist das gleiche. Wir bekommen auch eine 2TB SSD, allerdings eine andere. Die ist im Lesen ein bisschen schneller, im Schreiben ein Ticken langsamer. Macht den Braten jetzt nicht fett für einen Gamer sowieso Latte. Wir bekommen das gleiche Gehäuse. Wir bekommen das gleiche Netzteil. Hier haben wir jetzt diese Reverse Blade Dinger. Das ist einfach nur wichtig, wenn ihr wollt, dass die Luft von unten angesaugt wird, muss quasi der Schnitt von diesem Lüfter gedreht werden, damit er die Luft auch wirklich rein saugt. Sonst würde er unten einfach nur rauspusten. Wir wollen ja die kalte Luft von unten nach oben treiben, dass die warme Luft oben raus kann. Deswegen dreimal diese Reverse. Ich hoffe, man hat diese Erklärung einfach verstanden. So, dann haben wir hier noch vier normale, also einen hinten, der bläst raus und drei oben, die blasen auch raus und dann habt ihr an der Seite die von der Wasserkühlung. Hier ist auch Windows 11 als Pro-Variante drin. Das Latte, ob Home oder Pro. Ihr habt zwei Jahre MyPC-Garantie inklusive Pick-up und Return. Schauen wir uns da mal die Liste an. Da haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.276,13 Euro und das System kostet 2.469,99 Euro. Da seid ihr jetzt beim Aufpreis von knapp 200 Euro. Liegt sich besser als über 1000 Euro, finde ich. Und ich denke, ihr auch. Solltet ihr also wirklich Interesse haben an diesem System, dann holt es eher da. Dann ist es auch alles richtig mit den Reverse Blades. Ich kann es euch gerade nochmal zeigen. Wenn ihr jetzt hier unten schaut, die Lüfter, die sind jetzt sozusagen andersrum gedreht, damit die Luft halt reingesaugt wird. Dadurch habt ihr diese Streben, die man dann hier sieht. Bei den Reverse wären die Streben unten. Das heißt, ihr habt einen cleanen Look. Das wollte ich nur nochmal gezeigt haben. Das Bild ist jetzt natürlich von Quelle bzw. Hurricane und das andere war nur das Gehäusebild bei MyPC, aber die werden unten die Reverse quasi einbauen. Also wie gesagt, preislich gesehen, lasst die Finger davon. Wenn ihr unbedingt so ein System mit einem kleinen Gehäuse haben wollt, nehmt die Alternative. Ist 1 zu 1 quasi das, nur mit besseren RAM und solchen Geschichten. Ja, ich habe ja eben alles dazu erzählt. Ich brauche jetzt nicht wieder zu wiederholen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ihn euch nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschau tschau.